So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sieht ultra klein aus. Und das ist halt jetzt auch nicht mittig. So, das ist 3. Und das ist 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, dann belassen wir es in der Größe. Was? Das darf ich auch nicht mehr mehr. Das gibt es nicht. Okay, warte, warte, warte. Wir werden mal speichern. Schauen wir mal, ob wir da noch welche machen können. Da werden wir hier noch einige brauchen. Dann mache ich gleich alle. Weil es egal ist. Naja, 42 ist halt jetzt auch nicht gerade mehr die Welt. So. So. Ah, nein. Nein. Was machst du denn? So. Zugemacht. So. 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 Und hier hinten könnte man eigentlich ja zumachen. Und hier im Grunde auch. so. 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 jetzt schauen wir noch, ob man die Blaubeeren und die Zitronen hochkriegen. Blaubeeren. 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 Und da haben wir die Kokos und die Bananen. Das passt eh. Und hier sehe ich nix. Sehen hier. Und dann ist hier ja noch einer drin. Hier. So, und dann. Da haben wir auch noch einen. Ähm, sorry. Unaabsichtlich rausgetappt. Und da haben wir auch noch einen. Okay, und dann brauchen wir für die noch einen schönen Platz. Und ich brauche auch noch einen Platz, wo ich meine Sachen anpflanze. Okay, das heißt, hier haben wir eigentlich schon mal alles gut gefüllt, meiner Meinung nach. Wenn wir hier so die Blaubeeren hinpacken, wieso passt das nicht? Okay, und hier hinten So. Obwohl, wir könnten die ja ein bisschen aufteilen. Pass auf, wir setzen jetzt einen hier hin. Da haben wir einen coolen Weg für drunter. Und zwar wäre das dieser hier. So. Und dann wird der hier drauf gesetzt. Ich finde, das sieht so cool aus. Dann bei ihm hier packen wir auch einen hin. Da. Shit, das geht sich nicht aus. So. Dann. Kommt hier nochmal einer hin. Er hat einen bei ihm drinnen. Und einen könnte man ja da hinten hinpacken. so ein bisschen aufteilen. So. Hier oben haben wir dann die Kirschbäume und da sind auch wieder andere. Okay. Ähm, aber ich glaube, hier ist es nicht so klug. Ja, stört. Weg damit. Weg damit. So. Wir haben ja hier eventuell, ähm, so Dings machen. Wieso geht der Ach so. Hier die zum Anpflanzen. Hmm. Da bräuchte man noch ein paar Bäume. Aber ich kann die ja ein bisschen aufteilen. Die müssen ja jetzt nicht so perfekt sitzen. So. Da können wir dann von mir aus noch alles vollballern. Hier wird angepflanzt. Oder hier. Das müssen wir uns anschauen. Hier gibt es auch wieder nur drei. Ja. Das heißt. Wird sich das hier denn ausgehen? Das weiß ich halt nicht. So nach oben. Eins. Drei. Drei. Vier. Fünf. Wie viel habe ich denn unten? Zwei. Vier. Sechs. Sieben. Sind 21, was ich angepflanzt habe. Dünn. Finde ich jetzt ehrlich gesagt auch eine doofe Zahl. Aber ich denke mal. Hier könnte schon was nach was aussehen. Und da könnte man sogar eventuell bis hier hoch gehen. Dann Dreierfeld. Dann lassen wir eins, zwei aus. Machen wir hier nochmal so ein Dreierfeld. Dann lassen wir eins, zwei aus. Und hier nochmal ein Dreierfeld. Das könnte auf jeden Fall nach was aussehen. Okay. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist. Da haben wir noch immer. Blaubeeren. So, und wo könnte man noch einen hin platzieren? Einen platzieren wir da hinten hin. So. Warte, 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 warte. Warte. Und dann bräuchte man nur mehr Platz für die Zitronenbäume. Und was ich hier hin mache, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall. Oh. Ich habe da hinten gar keinen rein platziert. Hier auch nicht. Warte, dann nehmen wir den hier. Dann machen wir das so. Das hier so. Und die gehören dann noch aufgeteilt. Einen werden wir da hin pflanzen. Den anderen pflanzen wir noch dahin. Der kommt hier hin. Und den werden wir da hin machen. So. Warte. Hier. So. Den werden wir hier so einigermaßen mittig hin pflanzen. Warte. Ah, nee. So. Und da. Hier noch. Bup, bup. So. Der sitzt nicht drinnen, wo er hingehört. Und dann brauchen wir hier den falschen Weg. Ihn brauchen wir. So. Eins, zwei, drei. So. Und hier ins Eck platzieren wir auch noch einen. Und rein mit dir. Und dann haben wir alle platziert, oder? Sieht so aus. Wo fällt denn wieder... Bambuszaun passt hier oben nicht. Da hätten wir sogar noch welche. So. Wo sind denn die drinnen? Ich weiß es nicht. Das immer runterskrollen. Das könnte ein bisschen anstrengend werden auf Dauer. Da brauche ich ja auch Eisenbahn für. Und das dann noch hier. Könnte man auf jeden Fall, glaube ich, so lassen. Dann machen wir hier einmal einen Eingang. Und dann... Nur so. Hier eine Lampe hin. Und den anderen Eingang, der würde dann... hier sein und dann halt auch hier ich glaube das könnte was werden okay und die hier werde ich auch ein bisschen aufteilen das problem ist und hier oben haben wir auch äpfel sonst haben wir hier oben auch äpfel hier haben wir kirsch und kakaobohnen jetzt bin ich wieder verunsichert ob ich die nicht dann doch also die blaubeeren am strand würde ich mal generell weg packen und die zitronen hier haben wir die anderen sachen okay na gut ja dann würde ich das auf jeden fall so na ich glaube dass das nicht schlecht ist die sachen vielen halt noch ein paar hier muss ich ausbauen nun haben wir haben lager ich glaube wenn ich ne lager nein da fehlen dann noch die tun und sein grundstück müssen wir noch machen ich würde prinzipiell sowieso nicht alles direkt voll kleistern weil es sind ja noch mehrere charaktere geplant die frage ist halt nur waren die alle kommen und ja also würde ich bis sie natürlich auf jeden fall versuchen zu machen und deshalb glaube ich wäre das so schon mal nicht so schlecht hier oben wird es ein bisschen schwieriger da haben wir einen großen teich die hier wird schwieriger hier hinten vielleicht anpflanzen und das eventuell doch hier vorne machen je nachdem da müsste man schauen aber ich glaube im ganzen wäre das schon schön so und das gefällt mir halt so gut ich weiß nicht warum aber ich mir gefällt mir gefällt ich glaube dass das das kann man auf jeden fall glaube ich so lassen ja 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 so dann nehmen wir das noch mit ja jetzt wird es dann eh wieder alles zum farmen wir brauchen wieder holz wir brauchen stein wir brauchen sand also es ist auf jeden fall einiges zu tun und jetzt können wir noch ein bisschen angeln oder oh entschuldigung und da gehen wir natürlich hier hoch so hier oben müssen wir natürlich auch noch fertig machen da haben wir den dunklen weg hier oben haben wir auch nicht allzu viel platz gefühlt da müssen wir schauen müssen wir schauen das bleibt auf jeden fall spannend so was kriegen wir denn so was kriegen wir denn einen Thunfisch ich bräuchte halt rote Algen die wären halt wichtiger komm ich da ganz rüber jawoll so so Lass mal die ein bisschen leveln, auf jeden Fall. Oh, ne Alge. Dankeschön, Bisti. So. Kufi, es ist mitten in der Nacht. Es ist kein sonniger Tag. Es ist mitten in der Nacht. Aber, wir freuen uns alle mit dir mit. Oh, die ist da. So. Jawohl, neues Level. Aber ich glaube, Level 7 müssen wir mit ihm erreichen. Oh, achso. Ich dachte schon, das wäre eine Alge. Du musst du mit angeln, Kufi. Das ist aber lieb. Aber nehme keinen Fisch weg. Das war meiner, Edgy. So. Kommt nix mehr. Doch. So. Wie ist die Algen, brauche ich. Ui, pass auf, dass du nicht reinfällst. Er hat Spaß dabei. Jawohl, wieder eine Alge. Fünf haben wir zu Hause. Und drei haben wir hier. Oh, ah ja, da müssen wir ja noch was aufmachen. Ein Kleidungsbeutel, was kriegen wir denn? Lila, eine Eissplitterohrringe. Oh. Was war das jetzt? Ich habe den doch geangelt. Goofy, nimmst du mir die Fische weg? So frech, dachst du ihm. Ui. So, die Energie brauchen wir noch schnell auf. So, zack, das Nächste. So, geht einmal noch. Nee. Okay, gut. Dann ab nach Hause. So, zack, zack. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020